Eines Tages, es war schon Sommer, das Wiesengras und das grüne Getreide reichten Betty-Kettenhemd bis zu den Schultern, da beobachtete Müller-Meckel wieder das wilde Kind, als plötzlich ein glänzender Blechbuckel über den wogenden Ehren auftauchte, das Dach eines Luxusautomobils. Das Auto schaukelte wie eine Sänfte, die von hinten den Trägern geschleppt wird. Fast lautlos, als wäre der Motor in Samtkissen gebettet, bewegte sich das Fahrzeug zwischen den Feldern, geduckt und zögernd, als schleiche es sich an. Der Jäger ließ wütend seine Flinte sinken. Kam da etwa jemand, um in seinem Revier zu wildern? Er ging in Deckung und beobachtete. Das Auto hielt. Betty-Kettenhemd tauchte ab. Eine Dame und ein Herr stiegen aus. Sie berieten sich. Dann holten sie Körbe aus dem Auto. Eine Duftwolke breitete sich aus. Es war der Duft des Wohlstandes. Er war komponiert, das heißt gemischt, aus Seife und Vitamintabletten, Insektenspray und Wäschestärke, pikant gemacht mit einer Prise Pferdeschweiß, Gekräftigt durch einen Hauch Knoblauch, abgerundet mit einem Quäntchen Zahnarzt, Vollendet mit wehendem Burgunderfähnchen. Oho! Der Sommerduft räumte beschämt das Feld. Es war ein blühendes Kleefeld. Und auf diesem Feld wurde nun ein Picknick vorbereitet. Auf einem Tuch, so rein wie Gletschereis, von feinster Spitze durchbrochen, Das Meisterstück einer Weißnäherin lagen und standen dicht an dicht. Raten und Schinken und seltener Käse, marinierte Häppchen, panierte Stückchen, Schälchen mit Soßen und Körbchen mit gebackenem, Döschen mit Würze und Schachteln voll Konfiserien, Krüge mit Säften, Kannen voll heißer Schokolade, Gläser mit Gelatine und Näpfchen mit Pudding, tropische Früchte und Müsli vom Biohof. Es lagen bereit Schlangen aus buntem Papier, eine lustige Tröte aus lackierter Pappe und fröhliche Hütchen aus Krepp. Und in der Mitte stand ein großer Blumenstrauß, frisch aus Holland eingeflogen. Daran lehnte ein gar liebliches Bilderbuch, das handelte von einem Prinzesschen mit goldenem Herzen. Das alles war auf dem prächtigen Tuch, und das prächtige Tuch lag im grünen Klee, und im grünen Klee summten die fleißigen Bienen, und darüber schien die Sonne gar wonniglich. Die Dame zupfte noch hier und rückte noch da, mit diesem ganz eigenen Stolz. Dann sah sie sich um. Bettina, Kindchen, rief sie erregt, wir wissen, dass du ganz nah bist. Bettina, Kettenhemdchen, fürchte dich nicht, ich bin die Frau Gundermann, und das ist der Herr Gundermann, wir haben dir etwas mitgebracht. So wie Betty Kettenhemd verschwunden war, so tauchte sie neben dem Picknick wieder auf. Sie lächelte das freundliche Paar an und betrachtete das Angebot. Sie stieß ein Oh! aus und fiel auf die Knie. Die Gundermanns sahen sich an und vier Tränen schossen hervor. Doch das war gar nicht nötig gewesen, denn Betty Kettenhemd war keinesfalls vor Staunen in die Knie gesunken. Sie kniete nur, um schnell Klee auszureißen und damit eine Bratenplatte zu verdecken. Sie wollte teck-teck vor einem schrecklichen Anblick schützen, denn dort lagen zierlich aufgereiht knusprig gebratene Rebhühnchen. Betti Kettenhemd war nicht nachtragend. Sie erhob sich und schritt voller Anerkennung um das weiße Tuch. Frau Gundermann stieß Herrn Gundermann mit dem Ellenbogen. Die Knie, hauchte die feine Frau. Sieh dir diese Knie an! Und so, wie das Kind die auffällige Gestaltung des Stückes Kleefeld betrachtete, so betrachtete das empfindsame Paar die Beschichtungen auf Betty Kettenhemds Knien. »Schildkrötenpanzer«, flüsterte die Dame. Die dicken Knie des dünnen Mädchens hatten sich vorzüglich den Zumutungen des wilden Lebens angepasst. Insektenstiche, Nesselsäuren, Ameisenbisse, Kräutersäfte, unzählige kleine, harte Narben, feiner, tiefer Dreck und Sonnenbräune hatten eine undurchdringliche Lederhaut geschaffen. Diese Knie waren die Freude des fünften Busches, der ja schon viele Kinderknie in seinem Leben untersucht hatte. »Schildkrötenpanzer«, »Besser als Frau Gundermann«, konnte man es nicht sagen. Betty Kettenhemd räumte nun alle Braten und Schinken, die Rebhühner natürlich nicht, ordentlich ab und warf sie weit mit einem glücklichen Juchzer ins Kleefeld. Ach, wie oft war nun dieses kleine, rote Leuchten zu sehen und das Krachen und Knacken eines guten Gebisses zu hören. Dann erst naschte das Kind von den Häppchen und tunkte in Soßen und knabberte an Stückchen, schleckte Pudding und schlürfte heiße Schokolade. Es bemühte sich, so wenig wie möglich umzustoßen und schonte auch die Dekoration, denn es wusste, was sich gehört. Herr Gundermann wurde von Frau Gundermann energisch festgehalten, denn er wollte unbedingt dem Kinde beibringen, wie man so ein Picknick richtig begeht. Er hatte ein Krepphütchen in der Hand und wollte es Betty auf den Kopf setzen. Er wollte erst noch etwas Lustiges sagen und mit der Tröte tröten. Sie hatte einen Schock, flüsterte Frau Gundermann. Sie kennt nichts Schönes, sie ist überfordert. Betty Kettenhemd war nicht überfordert. Auch ihr Magen konnte die ungewöhnliche Belastung gut aushalten. Sie beendete das Mahl und steckte noch ein paar Kekse in die Taschen, denn alle Lehrerinnen naschen gerne Kekskrümel. Dann blätterte sie im Bilderbuch und schob es unter die Kette, um es Dumbarsch zu schenken. Dumbarsch hatte zwar Probleme mit dem Lesen, aber er verstand es recht gut, Bilder anzusehen. Und eine Bilderzeitung zwischen Pappdeckeln, in der von goldenen Herzen erzählt wurde, war für ihn genau das Richtige. Um sich bei dem großzügigen Paar zu bedanken, wollte Betty Kettenhemd ihre neue Sprache ausprobieren, an der sie seit Tagen tüftelte. Sie wollte Herrn und Frau Gundermann damit ehren. Betty nannte diese Sprache die Ruff-Wuff-Sprache oder auch Knurr-Bettinisch. Natürlich hatte sie der Umgang mit dem schwarzen Mülleimer dazu angeregt. Betty begann das Gespräch mit einem freundlichen, dreifachen Rrrr-Rrrr-Rrrr. Die Gundermanns wichen erschrocken zurück. Um sie zu besänftigen, schloss das sprachbegabte Kind sofort ein Rrrr-Rrrr-Rrrr an und ein zärtliches Ruff-Ruff. Es wurde nicht verstanden. Betty versuchte es mit anderen Wörtern. Sie fragte schließlich, doch sie musste sich selbst antworten. Zugegeben, der Knurrsprache erfunden von Betty Kettenhemd mangelte es noch an Vielfalt. Doch mit etwas Mühe und Einfühlung hätten Frau und Herr Gundermann die bemerkenswerten Ansätze erkennen und würdigen können. Aber nein, die feine Dame schlug die Hände vors Gesicht und kreischte, sie ist total vertiert. Und ihr Mann stammelte, vielleicht ist das russisch. Frau Gundermann hatte sich als erste wieder in der Gewalt und ihr Lächeln im Gesicht stabilisiert. Sie näherte sich sogar mutig dem knurrenden kleinen Mädchen. Du seien nicht böses Wolf, du seien liebes Kind. Ich seien so etwas wie eine Mama, das seien ein Papa. Mama, Papa, Kind, du verstehen? Sie ging in die Hocke, denn sie hatte in einem Tierbuch gelesen, das gemeinsame Augenhöhe Vertrauen schafft. Wir steigen in Auto. Na, sage mal. Au-t-ho. Betty entschloss sich mit einem Irre-Irre zu antworten. Fahre, fahre in schönes Haus, fuhr Frau Gundermann fort. Haus, du verstehen? Höhle, Bau, Nest. Gemütlich, kuschel, kuschel, sauber. Du dich, wasche, wasche. Betty Kettenhemd senkte den Kopf. Ihre knurrende Dankesrede war nicht ganz gelungen. Aber sie hatte schon eine neue Idee. Sie entdeckte vor ihren Füßen eine kleine Pflanze im Gras. Sie bückte sich und pflückte sie ab und hielt dem verwirrten Paar ein Wiesenkraut freudig entgegen. Herr und Frau Gundermann wussten nichts damit anzufangen. Betty Kettenhemd wurde ernst. Diese Pflanze trägt ihren Namen, sagte sie ruhig. Sie heißt Gundermann, lateinisch Glechomea heteracea. Ich schenke sie ihnen. Diese Pflanze sollte in der Mitte ihres Familienwappens stehen. So ein Wappen können sie auf Briefköpfe drucken oder in Servietten sticken oder in Etuis ziselieren lassen. Auch auf Grabstein macht es sich gut. Und hier noch ein zweiter Rat. Natürlich sollte man genussvoll mit der Sprache spielen. Aber was Sie getan haben, gnädige Frau, das nennt man Radebrechen. Das ist treffender als der Begriff Pigeon im Englischen. Denn Radebrechen kommt tatsächlich von der alten, öffentlichen Folter, bei der die Knochen eines Menschen auf dem Rade zerbrochen wurden. Sprache foltern ist auch brutal. Hören Sie nur, wie das klingt. Husch, husch, Auto gehen, brumm, brumm, wegfahre, in feine Haus dann, schäme, schäme mache. Und mit einem Blick auf das etwas außer Form geratene Picknick sagte sie noch. Und das nächste Mal, meine Dame, denken Sie daran, zu viel sind nur zwei andere Worte für schlechter Geschmack. Betty Kettenhemd hatte diese kleine Lektion viel Spaß gemacht, sodass sie quietschvergnügt davonpreschte. Tektek-Tek flog auf und folgte ihr. Auch ein Schatten huschte auf der falschen Seite über das Feld. Die drei jagten auf eine großartige Gewitterwolke zu, die tief über dem Land dahin zog. Diese Wolke hatte gerade das richtige Format, um für Betty Kettenhemd ein Spielkamerad zu sein. Im warmen Regen vergnügte sich das Kind zwischen den niedergehenden Blitzen. Gundermanns starrten dem glücklichen Kinde lange nach, bis der Gewitterregen sie zwang, Decke, Flitterzeug und Essensreste zusammenzuraffen und sich damit in ihr geräumiges Auto zu retten. Aber auch hinter den getönten Scheiben wurden die armen Leute von Schaudern durchzittert. Ich fürchte, sie haben diesen Ausflug sehr schweigsam beendet. Herr Dr. Müller-Meckel hatte nicht viel von Betty Kettenhemds kleinem Theater verstehen können. Nur so viel, dass sie wieder mal als Siegerin den Spielplatz verlassen hatte. Er schob zornig eine regenfeste Hülle über sein teures Jagdgewehr und stapfte vor sich hinbrummend davon. Na, warte! Na, warte!